Was geht ab, meine lieben Freunde? Dieses Video ist wahrscheinlich schon etwas älter, aber ich habe es trotzdem gefunden und ich fand es ziemlich interessant und ziemlich cool. Die einen oder anderen, die jetzt sagen, äh, scheiß Clickbait oder so, äh, Brodi, komm, gönn mir auch mal den einen oder anderen Click, eh, komm, komm, komm. Der Rapper Mero hat sich in den Kopf gestochen mit einem scharfen Messer, meine lieben Freunde, direkt unterm Kopf, aufm Kopf und danach ballert er sich sogar das Messer in seiner teuren Rolly rein, meine lieben Freunde. Gehört euch dieses sehr lustige Video, es ist natürlich Humor, es ist natürlich Spaß und, äh, ich würde mal sagen, zieht es euch rein. Ich danke euch fürs Einschalten, peace and all. Barberkuchen? Diese Rolly gibt's nicht, es existiert nicht. Isda, 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 isda. Lea, Lea. So, es gibt jetzt Stiche. Wie du bist auf eins gegangen? Wie du machst Faxen mit Deutschrap? Schau mal, schau mal, oh, jetzt reingeht. Wie du machst Faxen mit Deutschrap? Teezer Rolly. Wollah, bitte, 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 krieg meinen Stich, krieg meinen Stich. Bismillah. Wie fangen wir an, Bruder? Einfach so Stich und sagst du? Zack. Nein, Bruder, vallaha. Das ist gut, Bruder, tut mir leid, vallaha. Das ist gut, Bruder, zämeerlisch. Wollah, wollah. Wollah, bitte, bitte, bitte. Schon wieder, du. Höter. 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 niveau.